hallo willkommen zurück zu let's play the witcher 3 du wohl äh der witcher 3 ich mein the last of us sorry ich glaube hier ist jemand ich bin ganz bei dir mein ich glaube hier ist jemand ich guck mal ich habe sie noch jessi bei dir AXI! AXI! Wer hat aus? Ja, ich weiß, dass er da ist. Ich lag gerade nach. Sorry. Hier, hier! Ellie, hab die Schritte! Weg hier! Lass mich was für die Kippe nutzen! Steig ein! Los, los, los! Jetzt schießt endlich deine Augen! Okay, wir bleiben! Los! Los! Ich versuch's! Nur mal zwei! Mist! Scheiße! AXI! Los… Einmal haben wir noch! Oh nein! Los! 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 Appen! Appen! Was ist das? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Alright, yeah, let's get out. Fucking pay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Alles okay? Bin mir nie besser. Okay. Ich glaub, wir sind sicher. Hier, komm. Danke. Okay. Hier, Lan. Okay. Dina! Hey. Oh, mein Gott. Jess. Hey, Dina. Hey. Alles okay? Ich brauch nur ne Portion Schlaf. Wir sollten reingehen. Ja, okay. Komm. Langsam. Bist du an Maria vorbei? Mich rausgeschlichen. Ich lass meine Freunde nicht im Stich. Und du bist krank? Oh, nur ein bisschen Bauchweh. Komm. Setz dich doch, hm? Nein, nein, nein. Ach, das musst du nicht machen. Sei still. Wann bist du aus Jackson weg? Einen Tag nach dir. Aber an der Grenze zu Olga gab es viel Schnell. Ich war die letzten zwei Wochen jeden Tag acht zu schritten unterwegs. Ach, ja? Du, eine Lade, lieber. Du hast dich nachgedacht. Ich hab mich noch nicht verständlich. Ich hab mich noch nicht verständlich und alles nicht verständlich. Ich hab mich noch nicht verständlich. Ich hab mich noch nicht verständlich. Ich hab mich noch nicht verständlich. Armin. Armin. Hä? Hörst du mir zu? Ja. Alles gut. Okay. Also. Diese eisige Stille. Mann, ich mein, ich würd meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich hab nur gesagt... Okay. Was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay. Da sind Versprengte. Wie viele? Eine Handvoll. Die Handvoll. Willst du es probieren? Klar, gibt es einen Teil. Bist du sicher? Bin heute großzügig. Hehehe. Weißt du das Schild da? Das rote? Ja. Ich versuche es zu treffen. Geht um sie aus ihren Löchern zu locken. Du musst höher zielen. Gib der Kugel Spielraum zum Fallen. Okay. Sehr gut. Oh. 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 Das waren alle. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Woher kommen die? Die Horden halten sich im Winter gerne in diesem Gebiet auf. Und? Sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Hm. Warum wohl? Ach. Ach, ich weiß es auch nicht. Seht ihr den Schiffen an. Sieht aus als laufen sie denn hier. Wieso? Hm. Ah. Todes Tier. Sie rucht dort bei dem Wagen. Sie fressen sich an dem Hirsch das hat. Sie haben wohl Hunger. Oh. Bruder? Ich krieg grad nen Krampffack Du hast Talent Ich weiß Ich seh da glaub ich noch nicht stehen oder? Ich bin bereindruckt Sieht gut aus Da sind bestimmt welche Ist da was beim Skilift? Schau da hinten hin Unter den Gondeln Am Turm Siehst du's? Ja Keine Eile Du kriegst das raus Ja Kumpuler Drop, Alter Was dachtest du denn? Oh Noch ein paar Versuch's nochmal Der Herbst liegt in der Luft Bei mir liegt zwar in der Luft Hat gedauert bis ich den Bogen raus hatte Hat gedauert bis ich den Bogen raus hatte Hat gedauert bis ich den Bogen raus hatte Physik ist der Wahnsinn, was? Ha Ich stehe zu hoch jetzt selbst Du lernst echt schnell Ja, danke Ja Da sind noch ein paar A Ja Gut gemacht warte bis ich davon erzähle ich sehe keine mehr ja ich auch nicht okay gehen wir rein mal sehen ob johle zurück ist klar her damit danke genau was ich brauchte klar ladies first ich soll eigentlich nichts sagen aber johle macht sich sorgen um dich gibt kein grund zu sagen ja ist wohl so aber wenn du nicht mit ihm redest bitte glauben dass was sich stimmt ich rede mit ihm mehr als nur hallo tschüss okay ich versuch's ganz ruhig freunde habt ihr da draußen geschossen nur ein paar versprengte elli hat mein visier ausprobiert und wie war's ja ganz gut du bist wohl nicht dazu gekommen die seiten zu wechseln hätte ich das machen sollen ja du wir besorgen die neue da unten ist ein musikladen die haben bestimmt gitarren ich meine es wird doch sowieso mal zeit sich da umzusehen ich halte wache was meinst du so das war's dann mit der folge tschüss so 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 Untertitelung des ZDF, 2020